Ich bin Orange, du is Blue. Gut äckern, Watson. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Echt, Mann. Hä? Au. Hab ich gefunden. Mr. Chair. Fuck the shit. Geschafft. Ah, warte, ich weiß mal. Geh, lauf, komm. Lauf dann lang. Ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf. Wee. Ich lauf, ich lauf, ich lauf. Bin da. Es geht runter. Ich will nicht, dass es runter geht. Ich will hoch. Hoch. Ach ja, ich muss nach drüber. Blup. Geronimo. So, jetzt mach was. Ja, ich muss jetzt ganz hoch fahren, weil es ja runter geht. Ja, mach. Ja, achts Maul. Schneller. Los. Bist du doof noch nicht? Äh, äh. Äh. Schneller. Ach, schneller. Geschafft. Ich hab mich erfolgreich durchgepackt. Hui. Jetzt runter. Au. Hilfe, Gledis. Ja, und jetzt? Ich petz das. Soll ich das jetzt machen? Ja. Ab durch das Loch. Mach mal irgendwo so ein Ding hin, wo ich dir das Teil rüberschicken kann. Weiß nicht. Äh. Das müssen wir gar nicht mitnehmen, glaube ich. Wir müssen dich mitnehmen. Ja. Ich weiß, aber ich muss ja irgendwo da hinkommen. Ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Da kommst du jetzt lang, du Fettsack. Ich hätte wohl genauer ausführen müssen, dass Teamarbeit ein Konzept ändert, um den mindestens 2-2-2-3-2-2-2-2-3-2-3-2-2-3-2-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-3-2-3-2-3-2-3-3-2-3-2-3-2-3-2-3-3-2-3-3-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3-2-3-3-3-3-2-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Ja, ich werde dir das alles im Laufe des Spiels heimzahlen. Sogar Dinge, die du noch mit mir planst, werde ich dir heimzahlen. Was? Ach du, Mia, du hast mich doch gerade getrollt. Nein, ich habe dich nicht getrollt, nur ein bisschen lustig verwirrt. Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Ja, ich falle. Oh, nein. Ich kann, ich meine, ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Nix. Ein Kasten. Guck mal, guck mal, guck mal, ich bin so schlau. Guck mal, guck mal, ja. Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich gemacht habe, aber... Da unten, da unten, da unten, da unten, da unten, da unten, da, 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 da ist Scharfschütze. Ha, geschafft. Und tschüss. Ey. Tö. Inset Disc. Scheiße. Okay, ich führ rein. Geht nicht. Mich akzeptiert er nicht. Bin wahrscheinlich nicht, kein, äh, gültiges Datenformat. Ey, guck mal. Guck mal, Kirill. Hä? Hier. Do not trust her. Ja, klingt logisch. Also. Ich leg jetzt den Hebel um. Geht nicht. Ich leg ihn nochmal um. Ah. Schnell durch. Ja, super. Ja. Fertig. Eins, zwei, jetzt. Lauf, 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 lauf. Schafft. Und jetzt? Auf die Disc. Ich leg mal den Hebel hier um. Okay. Das ist aber eine ganz schön große Dist. Meine. Gib die wieder. Oh. Toll, vollidiot. Da war der Emanzipationsgrill. So heißen die Linger. Meiner. Kommst du nicht ran? Ich bin größer als du. Gib mir das. Ha. Noob. Glückwunsch. Zur Bewältigung dieses absoluten und herrenlosen Tests. Jetzt wird wahrscheinlich irgendwo eine Rakete auf, äh, auf Marco abgefeuert. Und jetzt? Zurückholen. Wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das... Au. Was war das? Was war die Hand losgekillt? Du hast uns gewaltsam demontiert. Okay. Sie hat uns aber versprochen, dass wir keinen Schmerz verspüren. Ich hab mich erstockt und mir aus Versehen in die Handkante gestoßen. Oh, fuck this shit. Das ist mal gemein. Das stand nicht in meinem Vertrag. Schluss jetzt. Wenn das so bleibt. Die Montageeinheit muss ein Problem haben. Bring. Und. Machen wir einige Tests und schau mal. An sich vergrößern, an sich verkleinern. Tschüss. Bin da. So, und du? Tschüss. Hi. Fertig. Das war's. Loll. Es ist genauso bescheid wie der eine Typ in Borderlands. Schieß mir ins Gesicht. Quess abgeschlossen. Headmackschotty. Ja. Schieß ein Portal auf die andere Seite, läuft durchs Portal fertig. Wie schwer. Aber wahrscheinlich war da jetzt irgendein geheimes Easter Egg, was wir jetzt nicht erkannt haben. Ganz ehrlich, wie oft sind wir jetzt schon in Testkammer 1? Sie mussten nichts weiter tun, als fünf Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie zehn Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen seien. Ach so. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Schieß mal dein Obwohl. Achtung. Hä, du bist so blöd? Vielleicht wenn ich hier oben und dann hier unten? Nein. Hä, Junge. Guck mal, du musst... ...da oben dran und da dran. Und du musst jetzt erst mal da hochkommen. Geh erst mal da oben hin. Okay. Oben. Soll ich von da oben da runter springen? Ja, und jetzt da hin. Ja, so, und jetzt bleibt man da oben. Mach ich so und so und ich springen da unten rein. Ah, ah. Hilf mich, ich trau mir mal nicht. Ja, guck. So, das gleiche machst du jetzt. Okay. Boah. Killer. Hab jetzt damit gerechnet, du trollst mich, das ist aber egal. Nein, das hätte ich nie vorgehabt. Hm. Einfach irgendwas machen. Oh, da oben ist nix. Okay. Hier unten ist auch nix. Dann bin ich ja berückt. Aber wir müssen da trotzdem oben hin. Weiß ja wegen... Stop, bleib da. So, die Frage ist jetzt... Ah, da müssen wir hin. Ich mach das schon. Bin da. Bup. Ähm. Muss ich? Auf die andere Seite. Ja, die Frage ist, wie kommst du da hoch? Warte. Äh. Ja. So. Äh. Ja. Äh. Ja. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Da und dann da. Äh. Ui. Klappt's? Nein. Zu kurz. Ich weiß wie das eine... Ich muss so und... So. Aber ich muss hier erst da oben drauf kommen. Ja, nicht auf mich schießen. Da oben muss ich hin. Nee, da. So. Ja. Und da unten, ja. Weiß Bescheid. Ja. Epp. So. Ja, du hast es geschafft. Und jetzt feierlich hier runter. Ins, äh, gelbe Loch. Verdammt. Ja. Und unser Ball. Balls of Steel. Meiner. Ey. Ist doch morgen gekommen. Wunderbar. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Das ist eindeutig kein Würfel gewesen. Moment mal. Ihr seid ja gar keine Menschen. Scheine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einem hinterher gefördert, der genau dafür vorgesehen ist. Erschossen, erschlagen, ertrunken, ertrunken. Wir dürfen das Wasser nicht trinken. Hier. Verzeihung. Ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Nicht trinken. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Mach du mal deine Portals. Achso. Achtung. Ich schieße dich jetzt ab, ne? Hm. Das war Fail. Du hast genau das Falsche weggemacht. Achso. Wiii. Wieder Fail. Okay. Einmal noch. Rechts-Links-Schwäche, ne? Wiii. Wiii. Okay, das war nicht. War das nötig? Okay, nochmal. Das war nicht hilfreich. Wiii. Jetzt mach. Ja. Geschafft. Tschüss. Ja, du musst jetzt hier auch noch machen, ne? Nö. Da, drück auf den Knopf, verdammt. Welchen? Der Knopf da. Uu. Achso, ich muss auch erst hüpfen. Mach mal deine Portals dahin. Mir wird schlecht. Okay. Mach. Alter. Tada. Geschafft. D-d-d-d. Jedes Versagen erinnert mich daran, wie es einst war. Doch da seid ihr. Wieder da. Ganz als wären nichts geschehen. Dance, dance, drop your pants. Ja, wir sind gut. Wir könnten besser sein, aber wir sind gut. Aber wir sind gut. Ja. Also in erster Linie ich. Nur um das mal klarzustellen. Ja. Ja. Weißt du, dein Roboter, der hat so eine Statur zum Gangnam Style tanzen. Wie man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest. Okay. Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Wie siehst du, Blue, dein Liegenmest. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Dankeschön. Ey, ich war hier. Liebling. Muss ich dich wieder abschießen? Los. Gib mir Bitch. Hüpp. Hüpp. Ja, hüpp. Ach ja, ich muss her. Wiii. Das ist, das sieht aus wie... Au. Das hat wehgetan. Ich drück den Knopf. Traust dich? Nein. Toll. Bounce. Uniball. Los, einmal noch. Oh. Okay, Match mal. Du bist echt zu schlecht. Nochmal. Okay, und jetzt. Hüpp. Ha, hab ihn. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was damit zu tun ist. Hier rüber, komm erstmal. Hä? Ich bagge in der Luft. Ich bagge in der Luft. Der Ball ist aber gerattet. Ja. Keine Option auf den Tod. Und das soll Wissenschaft sein. Okay. Wir müssen das nochmal machen. Ich muss dich nochmal abschießen. Ne, du musst mich erstmal nochmal befördern hier. Du Troll. Oh, weil ich kann mich selber... Klocken. Ball. Wir müssen den, halt, wir müssen den da oben hinbringen, was geht. Warte mal. Okay. Nein, nicht, nicht, nicht! Der geht kaputt dann. Nimm mal ein bisschen. Oh, ganz langsam vielleicht, wenn ich ganz langsam rankomme. Oh, ob der jetzt kaputt guckt. Ich muss das Loch mal abschießen. Ich bin da. Los. Hätt ja klappen können. Nein. Okay. Guck mal, ich kann mich spielen. Das selber sehe. Oben auch. Und, 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 und. Bin da. Drück ich jetzt und kriege ich... Hä? Volleyball. Ey, du bist auf und dann... Hä? Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie war das Buggy. Warte, ich nehme den an. Gib mir das. Nein. Oh. Am, nam, 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 nam. Ich bin auch da. Und es hieß, niemand würde bei diesem Test je sterben. Danke für den gegenteiligen Beweis. Bitte. Kein Problem. Ich nehme den Ball mit. Hi. Ich bin so zu zisch. Hätte er klappen können. Hätten wir neuen Freund gehabt. Der sieht da hübsch aus als du. Jedes Mal den Roboter abmontieren und dann wieder ran montieren. Das ist so voll dumm. Dann wird ja auch eine andere Etage wieder anmontiert. So wohl schwach sind. Hm. So langs hinter den Kuchen gibt, ist mir das egal. Okay. Nächstes Mal nehmen wir anstatt den Ball einfach dich. Es gibt noch 5000 weitere Testteams, mit denen ihr in direkter Konkurrenz steht. Dramatieren zu zweit. Da geht es. Danke.